Mein Name ist Leo Müller, bin Kfz-Mechanikermeister und in der Bauunternehmung Dobler in der betriebseigenen Werkstatt als Mechanikermeister oder Werkstattleiter angestellt. Zum einen ist auch die Automechaniker für uns sehr interessant, gerade im Nutzfahrzeugbereich, da ja auch die Baumaschinenhersteller, die für uns sehr interessant sind, auch auf die Technik der Nutzfahrzeuge zurückgreifen.